Moritz Otscher, was gefällt dir am Golf besonders gut? Mir gefällt, dass man miteinander spielen kann und dass es zu viel Konzentration braucht, um ein Loch zu treffen. Und wie ist es bis heute zu gehen? Ja, es ist mir gut gegangen. Ich habe ein paar mit einem Schuss und die meisten mit drei getroffen. Und du, was machst du sonst noch im Ferienpass? Klassen machen, Minigolf, Plausturnier, die zwei Sachen.